Echt jetzt? Was? Die Dreckskarre ist immer noch bei mir. Am liebsten würdest du das Ding einfach wegsprengen, ne? Mach doch. Ja, dann muss ich ja Versicherungen bezahlen. Ja, den hatten wir auch mal kostenlos gekriegt durch Amazon. Ja. Nur zahmer. Kannst du mich auch einladen zu dir, ne? Mach mal. Hab ich doch. Nee, ich mein, einladen in das, wo du gerade bist. Oh, ja, ja, okay. Und das hier Beat. Was? Mit hundert... Mit zehn FPS? Mit drei FPS? Genau das Problem hatte ich früher. Ja. Ey, ich hatte das noch nie. Und der läuft ja auch relativ kalt verhältnismäßig. Was ist das? Was? Diese Plattform hier. Da steht das Auto, wenn du es tunest. Warte. Kannst, ja? Ich hab den Kram hier noch nie gesehen. Ja, das ist ja auch noch nicht so alt. Aber jetzt wahrscheinlich auch schon wieder ein halbes Jahr, aber... Okay, die H5 kriegt noch ein Update. Oh, ist weg. Ah, doch nicht. Ist nicht mehr so doll. Ich sag dir, wir müssen auf Velmo wechseln. So, wenn du jetzt... Jetzt hab ich die anderen Legs. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Guck mal, guck mal bei mir! Hehehehe. Hehehehe. Bin ich gut. Hier die ganze Scheiße machen und dann kannst du das da tunen. Warum hängt die Lampe schief? Weil das Deko ist. Weil das cool ist, ne? Macht er jetzt noch was? Oder ist jetzt das Spiel schon wieder hops? Ah ne. Er macht noch was. Hehehehe. Der ist aber ganz schön hart angefahren gerade. Hehehehe. Wir nehmen... Wir nehmen den Mord Fust dann. Warum knistert der jetzt schon? Weil der kurz gelaufen ist, keine Ahnung. Der ist ja jetzt noch nicht warm. Ja. Wir müssen mal... Oh. Wir müssen mal... Rheinbaf jetzt mal wieder spielen. Nein. Doch? Ja, wir haben gesagt, wir spielen dann GTA. Und nehmen den Scheiß mal auf. Du kannst eigentlich draußen warten. Ich hab Spaß bei deinem Auto. Hehehe. Du weißt nicht. Was ist denn das für ne Tür? Haha. Scheiße. Boah, Peter. Hey, warum fährt der mein Auto an? Okay. Wieso? stillfahren. Boah, fuck. Da ist ja schon die Abfahrt. Uh. Wir müssen hier gleich die Propaganda abräumen, oder hier Filmen-Cent, würde ich mal sagen. Allahuakbar! Boah, ich muss mit der Raucher. Warte, ich will den Hänger noch. Warum sterben die denn nicht? Hä? Ich hab dem so viel gegeben. Der stirbt nicht. Scheiße! Ich hab dich weggeschossen. Kannst du mal Fatty Fire ausmachen? Hab ich gemerkt. Nee. Dass ich hab einfach nur... Ich hab gesehen und geschossen, weißt du. Was? Ich hab irgendwas aus dem Wegenlasser und nicht den heilen. Oh! Alter, wo bin ich denn jetzt rüber gefahren? Steig ein, hier. Abfahrt! Ich muss jetzt einen anderen nehmen. Warte, ich mach schnell Spendys. Ah, warte. So, ab geht er. So, jetzt müssen wir die Brügel wegwerden. Okay, drive it up the ball and broke. I got a guy upstairs, he gonna take care of it to me. Machier mal das Gefängnis, dann müssen wir hin. Das seh ich ja eh nicht. Naja, das siehst du nicht. Hab das nicht mal so Team-Infekt gemacht? Ja, ich seh deinen Marker, aber du nicht meinen, David. Was war denn das? Kann man nicht auf? Warum kann man alles öffnen, außer das Tor? Ey, die Polizei hat neue Karren. So, was ist das? Na, irgend so ein hässliches Auto. Ich weiß nicht, ob das ein... Ja, nee, das ist... Nur für die Mission, glaub ich. Ach so. Sie sind ja nicht normal für die Schleife. Scheiße, ich hab nen Platten, kannst du nicht mal reinlassen bei dir? Ja, hör dann. Warte mal, ich muss mein Auto irgendwie so... ...dass sie da nicht rankommen. Mach dich mal tot hier. So, einsteigen. Gut komme. Abfahrt. Alter, was hat der für einen langen ersten Gang, Alter. Jetzt schaltet er einen zweiten. Fake. Der LKW hat doch eigentlich auf die... ... zwölf Gänge oder so, oder nicht? Keine Ahnung. Bin ich noch nie gefahren, in echt. Schalt doch hoch, Alter. Das Ding hat ein Getriebe. Da kannst du schalten, um schneller zu fahren. Kann man das vielleicht in der Innenperspektive sogar sehen? Oh! Alter! Mit dem Spiel müsstest du es mal Airwax geben. Die höhen uns doch... ...so oft in die Presse knallen, ne? Alter, wie siehst du denn aus? Alter! Voila! Ey, die können doch am Rad zu reden, fällt mir grad auf. Das geht ja auch noch. Jo. Ich glaube, ich brauche mir so einen LKW. Warum schaltet der denn nicht? Ich weiß nicht. Hast du bei einer L an? Das ist auch irgendwie scheiße. Was für Manuel. Manuel. Gibt's sowas in GTA? Ich weiß nicht. Wäre, glaube ich, mal von Vorteil. Aber man kann's so ein bisschen beeinten. Wäre? Man kann's so ein bisschen beeinten. Indem man... ...vom Gast geht, dann schaltet der manchmal. Aber wenn ich damit macht, der wird nicht. Jetzt geht weg, ab jetzt muss er eigentlich gleich schalten. Ja, hat er. Was ist denn das für'n Geräusch die ganze Zeit? Was ist denn das für'n Geräusch die ganze Zeit? Was ist denn das für'n Geräusch? Was ist denn das für'n Geräusch? Irgendwas da hinten drin macht Geräusche. Hast deine Ladung nicht richtig gesichert. Das Ding ist aber auch hässlich, ne? Fast. Oh! Headshot. Geht nicht weit zu wer, was kenn ich hier Sie. F***,ain du kommtest. Die ist müsslich Glenn. Das ist toll, wenn man nicht auf die Straße gucken wird. Wie ist denn wenn es wahrend ist, wenn man die Straße guckt rascht? Naja, geht's ja abkömmlich. Am gu bitten, wenn scope und bloß einen Mond ressidiert sind. Wien hui wiri... Au! Ach, der stellt sich wieder auf. Der ist ja Šosi. Das ist ja realistische Boss. Ey, gibt's ja auch sowas wie ein T5 in dem Spiegel? Ja. Auch was, was so aussieht? Ja, weiß ich nicht. Aber es gibt so einen Transport, da gibt ja mehrere. Ey, gibt's ein Caddy? Das weiß ich nicht, ich guck mal. Wahrscheinlich im Billig-Auto-Abteil, also Shop. Hier gibt's einfach einen Mini. Also, ich denk mal, dass es ein Mini sein soll. Und ein Ford Factor. Den hatte ich ja früher auch. Ein Rod Factor. Ein Rod Factor. Ein Leichenwagen. Ja, ja, der heißt ja nicht sogar Leichenwagen. Nee. Der ist irgendwas mit Romeo oder so. Genau. Digga, der Fakaloa, den fühl ich ja. Oder den Fakfick. Ist das hier vielleicht ein T3, oder? Ja, irgendetwas wird er... Achso, ich werde das Gebiet verlassen. Irgendetwas, sowas wird er schon sein, ne? Hat Gebiet verlassen, ich muss mit. Was muss du? Nee, du musst kein Gebiet verlassen. Ach, der steht hier rum. Verlass das Gebiet. Ach, du bist auch hier? Ja. Ja, stimmt. Du warst ja mit dem Auto noch. Hä? Nee, mach den nicht tot. Ui. Der ist doch richtig für die Mission. Komm, wir rennen weg. Ich ruf schon mal einen Mechaniker an. Der soll mir mein Auto liefern. Mechaniker. Sag mal, wo ich das gerade sehe, warum ist nie bei dir Gras? Bei dir kein Gras? Nein. Scheiße, deswegen ist das alles so hässlich. Warum ist bei dir kein Gras? Ich glaube, ich muss das Spiel dafür neu starten. Ja, ich starte das auch gleich neu. Ich starte gleich mal mein CP neu. Ich bin zu nah an einem gegenwärtigen persönlichen Fahrzeug. Was? Oh! Jawoll! Als ob du selber tot bist. Weit müssen wir das Gebiet noch verlassen. Warte, ich hol dich. Mach mal bitte. Dann gehen wir ein. Kann ich nicht Auto fahren oder was? 5.000! Ach, chill ich. Und du so? Ich hab gar nichts gekriegt. So, dann werde ich erstmal kurz mein CP neu starten. Okay.